Ich bin kein Mörder. Du saugst dafür, dass die Mörder gut speisen. Ich bin auch müde. Wovon? Von der Angst? Zu den ganz großen Highlights der Berlinale 2020 gehörte das eindringliche Drama Persestunden. Die Geschichte, die der Film erzählt, basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. 1942 entgeht Gilles der Exekution durch die Nazis, indem er schwört, kein Jude, sondern Perser zu sein. Eine Lüge, die ihn zunächst rettet. Doch dann soll er dem Offizier Klaus Koch Persisch beibringen. Denn dieser will nach Kriegsende ein Restaurant in Teheran eröffnen. Wort für Wort muss Gilles nun eine Sprache erfinden, die er nicht beherrscht. Die Gefahr aufzufliegen wird mit jedem Tag größer. Wo setzen wir diese 40 Wörter in Phase? Das sind 39 Wörter. Schreib uns was zu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene, der betrügt sie. Ich soll 40 Wörter in einer fremden Sprache erfinden. Sie zu erfinden geht, aber alle im Kopf zu behalten? Es tut möglich. Persestunden steht sinnbildlich für alle Menschen, die mit Mut und Verstand dem Naziterror entgegengetreten sind. Die Hauptrolle spielt der Argentinier Nahuel Perez-Bizcayat. Sein Charakter Gilles spricht im Film Deutsch, Französisch und die Fantasiesprache, die er als Persisch bzw. Farsi ausgibt. Wie war es für dich, einen Charakter zu spielen, der so viele verschiedene Sprache spricht, wie eine falsche Sprache spricht? Es war schwer, aber es war ein bisschen natural. Ich bin Argentinier, meine Mutter ist Spanisch. Ich arbeite in Französisch und es war lustig, dass wir eine Sprache kreieren. Wir haben das in der Film auch mit Lars, hinter der Kameras gesehen, weil ich eigentlich lernte Lars, wie die Fake Farsi, die mein Charakter zu verwendet haben. Es war sehr natural. Wir haben genau das, was wir sehen, in der Kameras, aber hinter der Kameras mit Lars gesehen haben. Was würdest du sagen, ist das wichtig für deinen Charakter? Es ist wichtig für meinen Charakter, ich würde sagen, dass er alles tut, um zu überleben zu können. Und er ist clever genug, um eine ganze neue Sprache zu kreieren, die symbolisch spricht, dass wir eine neue Sprache zu kreieren können, die von allen beendet werden können. Und ich denke, das ist etwas schönes. Und wie wichtig ist ein Film wie dieser, in diesen Tagen, wo es so viel Haste gibt und Faschismus wiederkommt. Ich hoffe, dass der Film über die heutige Zeit spricht, wo Faschismus und Faschismus in der Reise sind. Und wir sind alle, ich meine, nicht schade, aber ich bin ein bisschen konzert. Ich würde sagen, ich würde sagen. Und auch Lars Eidinger, der Klaus Koch spielt, hält den Film in unserer heutigen Zeit für extrem wichtig. Weil man ja auch gerade jetzt wieder merkt, wie schnell die Gefahr droht, dass sich Geschichte wiederholt und wie sehr wir uns eigentlich, was Schuld angeht, wie sehr wir eigentlich täglich wieder Schuld auf uns laden. Ich würde ihn ja einfach umbringen. Und was ist, wenn er abhaut? Nein, das hat noch keiner gesagt. Wo ist der? Gefangener Reza Thun! An seiner Stelle warst du bereit, mit diesem Kaufen namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst, aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Persisch-Stunden startet am 24. September im Kino.